Hallo, das ist Florian Racki aus Vilamura, Portugal. Es ist die Herbstwoche, die ich hier herunten jedes Jahr bin und werde sehr, sehr viele Technikvideos machen. Ich beginne heute mit einem sehr interessanten Thema, das was vielen von euch helfen dürfte. Und zwar geht es hier um die Arme, besonders durch den Durchschwung durch, dass diese relativ, ich sage einmal unter Anführungszeichen, gestreckt nach vorne durch den Ball durchgehen. Ich sehe das sehr, 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 sehr häufig auf der Driving Range, dass die Spieler durch den Treffmoment durch hier besonders den linken Arm anwinkeln. Hier und hier der Radius, den der Schläger macht, quasi durch den Ball durch, der wird zurückgehalten und der wird kleiner gemacht. Und je kleiner der Schwungradius im Durchschwung ist, desto weniger Geschwindigkeit habe ich natürlich auch. Das heißt, wir reden auch hier drum, dass ihr mehr, mehr Länge zusammenbekommt natürlich, aber natürlich auch die besseren Treffer. Denn durch ein Heranziehen der Arme geht der Schläger zu früh nach oben und es sind sehr, sehr viel getoppte Bälle, das Resultat, einfach schlechte Treffer. Man kann ihn sehr, sehr gut auf der Spitze treffen. Das sind ein Haufen von Miss-Hits, liegen genau in dieser Ursache. Das heißt, wir schauen, dass wir in Durchschwung durch den Ball durch die Arme so weit wie möglich vom Körper wegbekommen. Beginnen wir mal im Setup. Wenn ich mich hier hinstelle, ich habe jetzt ein Achter Eisen in der Hand, dass auch hier im Setup schon die Arme gerade nach unten hängen. Das heißt, sie müssen nicht durchgestreckt sein, das will ich nicht, sondern sie sollen relativ gerade nach unten hängen. In der Aufschwungbewegung sollten auch hier die Arme so gerade als möglich bleiben. Wir wollen hier nicht einen angewinkelten linken Arm haben, aber er sollte gerade sein. Das ist auch noch okay, da sage ich nichts, aber angewinkelt sollte er nicht sein. Dann tun wir uns schon schwer, den linken Arm besonders oder beide Arme dann im Durchschwung gerade zu bekommen. Von dieser Topposition versuchen wir jetzt dann eben gerade durch den Ball durchzugehen mit den Armen. Und was ihr jetzt hier ganz gut aus dieser Kameraperspektive seht, ist, dass mein rechter Arm oder meine rechte Hand über der linken ist. Das, was auch nämlich ein Resultat aus dem Heranziehen ist, ist diese Bewegung hier, dass die linke Hand über der rechten bleibt. Das sind dann diese geblockten Schläge, wo das Schlägerblatt sich im Durchschwung oder durch den Ball durch auch nicht wieder schließen kann. Also machen wir das mal in Zeitlupe in einem kleinen Schwung. Ich möchte, dass ihr mit so drei Viertelbewegungen anfangt und schaut, dass ihr hier gestreckt seid und ihr stoppt den Durchschwung in dieser Position, um wirklich dann auch kontrollieren zu können, dass die Arme wirklich gerade durchlaufen. Machen wir mal so einen. Also Setup gerade, Aufschwung gerade bleiben und durch den Ball durch mit geraden Armen. Ja, ihr seht jetzt hier, der linke Arm ist leicht angewinkelt. Der rechte ist der, der ganz gerade ist. Das liegt einfach an dem, dass nach dem Ball der Schwungweg wieder leicht nach innen geht. Da winkt sich dann der linke Arm leichter an, aber der rechte kann bis hierher absolut gerade bleiben. Die Sache ist natürlich, wenn ich, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr im Durchschwung, die Schwungrichtung geht in diese Richtung und wenn ihr mit den Armen gegen diese Schwungrichtung zieht, kostet das natürlich sehr, sehr viel Geschwindigkeit und es ist auch nur möglich, wenn ihr relativ viel Kraft dafür aufwendet, wofür wieder ein sehr, sehr fester Griffdruck notwendig ist. Das sind alles Sachen, die wir nicht wollen. Also schaut, dass im Durchschwung oder durch den Treffmoment durch, dass ihr versucht, zu einem großen Bogen wie möglich in Richtung Ziel zu schwingen, um wirklich die ganze Geschwindigkeit des Schlägers durch den Treffmoment durch freizugeben. Schauen wir uns noch so einen an. Ja, seht ihr, weit weg von meinem Oberkörper sind die Arme, um hier einen so großen wie möglich, einen so großen wie möglichen Radius in Richtung Ziel zu erzeugen. Dieses Heranziehen hier, wie gesagt, da kommt auch der Chicken Wing her. Hervorgerufen ist es durch sehr, sehr viel Kraft meistens. Es ist dann mehr oder weniger eine Reaktion des Körpers, die Arme anzuziehen. Und da ist diese Übung einfach super, super gut. Ihr könnt das mit 6 Eisen, 7 Eisen, ihr könnt es auch mit diesen mittleren Eisen sehr, sehr gut trainieren, dass ihr einfach im Durchschwung hier stehen bleibt. Hier kann in dieser Position, kann der linke, er kann der rechte Arm noch gerade sein und könnt hier wirklich kontrollieren, ob ihr diese Bewegung so zusammenbekommt oder ob ihr nach dem Schwung wirklich so hier steht. Wenn ich diese Position habe, dann kann ich weder beschleunigen noch einen konstant guten Treffer zusammenbekommen. Gut, machen wir noch einen. Wir können dann natürlich in eurer Bewegung, wenn ihr das Gefühl für diese langen Arme Richtung Ziel im Durchschwung bekommen habt, könnt ihr natürlich eure Schwünge wieder größer machen. Das heißt, den Schwung dann einfach zu Ende, zu Ende schwingen mit dem gleichen Gefühl. Aber diese Übung, dieser Drill mit diesem Dreiviertelschwung, das solltet ihr das Gefühl super, super gut bekommen und solltet es dann auch in den langen Schlägen gut umsetzen können. Gut, ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Ausprobieren und beim Trainieren. Ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr vielen von euch weiterhelfen wird. Kommentiert unten dran, was ihr zu dieser Übung sagt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um keines der Videos zu verpassen. Es werden sehr viele Technikvideos kommen, auch sehr, sehr viele coole Course Vlogs hier von der Algarve aus Villamora. Soweit wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal.